Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Smash Bros. 4 Wii U. Mein Name ist Lockerzeit und in der letzten Folge haben wir Meilensteine gemacht. Also Meilensteine, den letzten Meilenstein sozusagen. Und heute werde ich mal den DLC Charakter herzaubern, weil ich glaube das haben wir noch nie wirklich. Und ja, da haben wir Mewtwo. Ich nehme mir so orange Mewtwo, weil es cool ist. Orange, schöne Farbe. Genauso wie grün. Und ja, ich wollte übrigens auch über andere DLC Charaktere reden wie den Lukas, der was irgendwann demnächst kommt. Immer seht mal nachschauen welcher Datum der hat. Aber ich werde es da unten einblenden. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und ja, aua, das hat weh getan. Nope. Nope. Ah, dang. Und ja, Mewtwo ist eben ganz neu und ist cool und das passt. Und ja, schauen wir mal wieder was zum Krieg. Ups, das war auch mein Fehler. Ah, ich soll mal gut serious heute sein, was, was man da als Gegner haben. Muss ich schon los. Oh, goh. Yo, zack. Spinn dir. Ich will äußter weichen. Oh, Mewtwo. Verg bills oder was. Das ist ja frisch. Ja, ja, bring dich jetzt selber. Hey, das war cool. Wurde Dirk gemacht. Naja, egal. No. Ah, dang. Oh, no. Jetzt konnte er vielleicht. Das ist ja unglaublich. Oh. Okay, ich hab noch ein bisschen was zum lernen mit Mewtwo. Das ist der Beweis. Oh, was hat er jetzt vorgekommen? Zack. No, no, nicht zu schnell. Junge. Oder Fräulein. Ich möchte ihn. Das gerade passt. Was hat er denn vor? Nope. Da treffen muss er noch, oder? er will mich finischen ich merke schon aber er schafft es nicht was ich voll witzig finde gerade die attacke hey aber ja eben lokas kommt auch so und ja es gibt auch eine website die was ich jetzt gleich hertag also ja jetzt auch nicht da und das ist irgendwie smash keine ahnung am ballert und ja da kommen wir sozusagen selbst abstimmen welchen charakter dass du da haben willst also beim flash und ja eine finger und da können meine haben was wir wollen also ihr gehört dass benju kazooie und ähnliches ziemlich beliebt dort sein soll und ja ab vor wo habe ich ja pp mario gehört oder bomberman habe ich ja irgendwo wo einmal gehört aber ich weiß nicht ob das so gute picks sind oder so ja schauen wir mal jetzt irgendwas hat mir noch ein bisschen besser spasen dann lang hat's Ah, dang, mein Ausweich hat nicht funktioniert. Okay, dann ist das so. What? Das ist nur Reichweite für das? Was? Das geht ja auch aus. Ja, das habe ich nicht gewusst. So, mach es mir erst später erfahrt. Nein! 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 Ich kann ja mehr aus, als wie 2. Also 2 Charaktere. Ha, das wäre ein Schock. Nein! Nein! Was ist da los? Okay, komm her. Ja! Ja! Geht durch! Hahaha! Es passt! Hopp! Das ist ein Schocker. Ahahah. Nope! Ah, dang! Zirn! Schon wieder! Genau die gleiche Attacke wie letztens Mewtwo und... Ah, dang! Nein, nur ist nicht die Zeit für Rache gekommen, also für mein Curvy, ihr wisst schon. Ah, Curvy! Und ja, gibt es nur irgendwas Wichtiges zum Sagen? Genau, wegen meinem letzten Let's Play. Ich glaube, ihr habt das eben in, wie nennt man das? Mario Kart angekündigt, oder zumindest schon mal angedeutet, wo es da kommen könnte. Und oh Gott. Ah, wünscht mir Glück. Und ja, schauen wir mal. Haben wir jetzt nicht mehr den gleichen Gegner? Ich hab jetzt nicht noch mal geschaut. Wahrscheinlich, es ist wieder Serious. Ha, ich bin zuerst los. Ups. Er weiß noch nicht, wie man sich dagegen verholt, weil er nie dagegen gespielt hat. Ist das cool. Oh, shit. Ups. No, 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 treffen. No, 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 nicht so schnell. Hahaha. Er war auf jeden Fall. So was nicht. Ah, die Attacke will noch nicht losgehen. Aber wir können dabei, wir können das Ding spammen mit dir so mal. Und schauen mal mal, was passiert. So viel Reichweite hat das. So viel Reichweite hat das. Oh Gott. Schade eigentlich. Aber. Hm. Ich störe endlich. Das gibt's nicht. Ah, ja. Wie sieht Trainer. Er hat einen Sprung. Hahaha. Er hat einen Sprung. Hahaha. Das ist lustig. Schade. What? Warum ist mein Geschütter nicht losgegangen? Ah. What? 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 Bye bye. Ich habe es nicht gesehen. Hahaha. Mit WIFI-Trainerin. Ah. Die WIFI-Trainerin. Hey, das war lustig. Ich habe zwar den Sieg überhaupt nicht verdient, aber hey, was soll ich. Ah. Wie ist das? Hahaha. Eins gegen eins. No, oh, Piki. Hm. Na gut, schräger Name. Und, hey. Deswegen brauche ich ja gar nicht, ähm, Rache-Kill machen. Oder so ähnlich. Weil sonst wäre jetzt wahrscheinlich mein Kirby gekommen. Wenn ich es dann noch nicht geschafft hätte, dann wissen wir den immer weiter. Und ja. Ah, shit. Und, hey. Und, zack. Ja, schon langsam kann ich ein bisschen besser, mein Little Mac. Das hat einmal Zeit gegeben, da habe ich überhaupt nicht keiner. Aber, ja, jetzt geht's. So, hey, watsch. Oh, fie. Und, wie ist das? Cheers. Ach. Eins los! Ah! Schut! Schut! Ok! Boom! Ok! Haha! Na i vink a correct level back! Haha! I know a tick! Nope! Hey! Tötet dich wieder selbst! Das war cool! Letzens! Ah dang! So da! Konter! Wennst du mich schon töten willst! Hahaha! LOL! Toll! No! Schon wieder! Mann! Nicht so schnell! Oh! Das überlebe ich nicht! Hey! Ich habe hier noch Schaden zugefügt! Zufrieden! Haha! Zufrieden! Ah dang! Ok! War nicht so toll! Aber hey! Jetzt haben wir vier Zero-Sutsamos hintereinander gesehen! Schon fahrt irgendwie! Hmmm! Hmmm! Na wisst du was? Ah! Dafür werden wir in der nächsten Folge sozusagen ein bisschen von anderen Gegner sehen! Also ich bedanke mich damit bei euch fürs Zusehen! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Wenn es wieder heißt! Super Smash Brothers 4 Wii U! Und wenn euch das Video gefallen hat! Und vielleicht die Nachricht, dass ihr ein neues Let's Play schon vorhabt! Dann würde ich mich natürlich sehr auf ihr Like freuen! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Fertig! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!